Ich denke, wir sind bereit und wir wissen, dass ich immer erst dann nach dem Spiel, bis es dann lastig ist, aber ja, wir spielen heute gegen einen starken Gegner, der auch gute Ergebnisse gezeigt hat. Ich habe drei Spiele angeschaut und so, ja, wir brauchen heute die ganze Konzentration, die ganze Hingabe, die ganze Intensität, die ganze Zeit haben, die ganze Zeit, die ganze Zeit haben. Ich schau nicht auf das letzte Jahr, sondern das war Dr. Ebers. Und Joey sagt, dass ich hier drei Stinkel geschaut habe und dementsprechend ist das, was für aktuell ist, das ist entscheidend und nicht das, was mir letztendlich ist. Das ist mir letztendlich, das ist vorbei und wir schauen einiges mehr nach vorne und sieben uns da und so ich holen hier. Er fragt, dass ich mich auf die Kassbien von Konfederalli in der Jahr geliebte und das wird er auf die Kassbien gebildet. Oder dass er auf die Kassbien auf die Kassbien auf der Jahr geliebte. Der Kassbien sagt, dass ich nicht auf was, was in der Vergangenheit passiert. Ich habe mich auf drei Stadions gesucht. Und dann habe ich drei Stadions gesucht. So in der Zeit, wo sie in den Moment sind. Wir schauen uns immer weiter und sehen, heute ist es ein Problem. Ich habe mich auf was, was in der Vergangenheit passiert. Der Tag, der wieder neu kommt, kann wieder neu beginnen und unser Ziel ist natürlich, bei Ständen Spielen zu gewinnen und dass das nicht immer klappen kann und nicht immer passiert, das ist mir auch einer bewusst, aber wir stellen die Mannschaft so ein, dass wir versuchen, alle Spiele zu gewinnen, dass wir alles dafür tun und das möglich zu machen. Und es gibt einen Jäger, der dann natürlich auch etwas dagegen hat und der sich auch wieder einstellen darf und entsprechend liegt es natürlich schon auch an uns, dass wir mehr tun, dass wir mehr versuchen, dass wir mehr unternehmen und schlussendlich dann sie verhaussetzen. Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank.